Also ich seh da, also es sind jetzt natürlich zwei verschiedene Szenen. Die hätten natürlich die gleiche Szene mal mit der Kamerafahrt machen müssen, damit man mal diesen Unterschied sieht. Den seh ich jetzt natürlich nicht. Sowas Doofes. So, wir gucken... To be... To date... Was heißt denn? TDB. Ist ja auch wurscht. Devlog... Devvlog... Live at... Fantastic. Das sind die Leute, die den Trailer rausgehauen haben, beziehungsweise dieses Gameplay für... Wie hieß das Spiel? Day Before oder so? Ist ja wurscht. Komm, wir gehen mal rein. Hi everyone. My name is Dana. And today we want to continue sharing light on the development process of the day before. Our open world MMO survival game set in a deadly post-pandemic America. Our number flesh hunger infected. It's one of the most... Was zeigen die denn da jetzt? Also Devvlog muss ja irgendwie so sein, so hinter die Kulissen blicken, ne? Dass die da wirklich dran arbeiten und so. Müssen wir ja beweisen. Games in the world. In this video we will show you how we started the development of the day before. All done from the beginning. There will be a lot of... From the beginning? Okay. Also das Video geht nur 6 Minuten im Übrigen. So make yourself comfortable and let's start. Ich mach's mir comfortable. Fantastic Development Vlog. Ja, dann zeig mal. The day before, genau. Started at the beginning of 2019. Started at the beginning of 2019. At the time the game looked so different, that if you saw it today, you wouldn't be able to tell that this was actually the day before. The game had stylized cartoonish... Das ist es, also das ist das, das ist sozusagen ein Stand, der alt ist. Pre-Alpha, V02 steht da oben. Kann man jetzt nicht sehen, bin ich drüber. Er fährt einfach immer ins Haus rein. But even then we already had the foundation of our survival game. Your character had core stats such as hunger and energy and you were able to loot every building on your way. Also ich find ja bei, wenn, also wenn ein Spiel, das ist jetzt zum Beispiel aus 2020 das Material, wenn ein Spiel riesig ist, dann muss es nicht unbef... Dann muss es nicht perfekt sein. Ja, dann kann es schon auch so aussehen wie jetzt, ne? Es muss nicht perfekt sein. Aber das ist aus 2020 und es sieht schon gut aus, ne? Und wenn du dann eine Riesenwelt hast, die unbeschreiblich riesig ist, ne? Also je nachdem, wo du dann langlaufen kannst. So, dann ist das schon geil. This vision inspired us then and still inspired us to this day. But in 2020 came a moment, when we decided to overcome ourselves and raise our standards, so that the day before was not only our dream project, but also a game that could win a place in the heart of as many other people as possible. Wie viele Leute arbeiten da dran? Das würde mich mal interessieren. After this decision, we at Fantastic made a real internal breakthrough and totally transformed the day before. Thanks to the creative freedom that our publisher Mojtona has given us, we were able to implement such a massive change to the day before as revamping the whole game's graphic style. Was heißt revamping? Neuerschaffung oder was? In the course of 2020, our team made a massive effort to remake all visual parts of the game, including animations. Sound and lighting design from scratch to make it more grounded and realistic. From scratch. Aha. Also mich würde immer noch interessieren. Also das ist im Übrigen das Gameplay, was ich mir letztens angeschaut hab. And it was the first time when we decided to enrich our game world by going to... Also wenn du das so siehst, wie die Kamera so reinfährt und die Lichteffekte, ist das schon geil. Guck mal, da unten steht was. Current Version. Guck mal, das ist von 2020 und das sieht schon gut aus und das ist die aktuelle Version. Also ich seh da, also es sind jetzt natürlich zwei verschiedene Szenen. Die hätten natürlich die gleiche Szene mal mit der Kamerafahrt machen müssen, damit man mal diesen Unterschied sieht. Den seh ich jetzt natürlich nicht. Ja, also... Sowas doofes. Ey, wenn man da in jedes Gebäude rein, alter, Day One kauf, ohne Witz. Mit Day One Bucks von mir aus. Das ist doch New York, oder? Ich hoffe, die haben eine Stadt erschaffen, die wirklich nicht nach New York aussieht, sondern vielleicht ein Mix ist aus verschiedenen Städten. Without that risk, our dream was doomed to remain just a fantasy. At the same time, our team was constantly growing in numbers. Was ist das denn? Das sind doch nicht die Charaktere. Das ist doch Marty McFly hier. Das ist doch Marty McFly mit der Jacke. Was soll das? Warum entwickelt man sowas da rein? Kann man sich nicht einmal auf das Wichtigste konzentrieren? Aber die Kohle muss doch irgendwo herkommen, Alter. Es ist ja nicht so, dass ein Game-Entwickler 2000 netto verdient oder so. Ich gehe mal davon aus, dass sie schon vier netto verdienen. Die sehen auch ein bisschen... Ach, guck mal. Die haben den Charakter überarbeitet, oder was? Das war vorher so Comic-Charakter. Current Realistic Version. Warte mal, da unten steht was. First Announcement Early Semi-Styled Version. Especially in the character design, which was the game completely changed as of today. But that release of the announcement trailer was a defining moment, when we realized, that the game was not only our dream. It became a dream of many people around the world. Ja, many people around the world, die dann wirklich, die dann wirklich das Internet gesprengt haben, wo sie gesagt haben, das Spiel existiert gar nicht. And ever since, we were not alone in our journey. Your tremendous support fueled our determination toward our shared dream to this day. We even have volunteers who have been helping us. Sind das echte Mitarbeiter, oder sind das irgendwelche... Ja, mach mal hier, mach mal hier so'n Gruß in die Kamera. Ja, also die müsste man jetzt mal alle googlen. Und mal gucken, ob die wirklich dafür arbeiten. Weil das ist natürlich aus... Ich denke mal, das ist hier irgendwie Ost... Ost... Ost-Europa. Russland. Ukraine. Die Ecke. Die auch. Bei dem weiß ich nicht. Die wahrscheinlich auch. Die wahrscheinlich auch. Und dann geht's halt rüber in den asiatischen Raum, ne? Early-Styled-Version. Was steht da? Early-Semi-Styled-Version. Okay, und dann haben wir die Early... Also die haben's noch ein paar Mal geändert, ne? Also ich find das gut, dass sie optimieren. Von mir aus können die auch noch zwei Jahre dafür brauchen. Überhaupt kein Problem. Weil dann kommt GTA 6 raus und dann spielt das keine Sau. Und alle unsere Zombies, mit beiden Seiten, ist es sogar eine female-Version, mit anderen Sets of Animationen, die sind jetzt entweder recorded, mit Lotion-Capture. Wir mussten unsere Charaktere und Zombies so menschlich wie möglich machen. 2020 und das ist die aktuelle Version. Mhm. Ich glaub, so ein Auto zu designen, das dauert auch schon zwei Wochen, ne? Außer du bist halt der ultimative Crack und kannst das ganz schnell machen. Ich glaub, ich bräuchte dafür zwei Monate. Aber ich fand das erste Auto, fand ich auch nicht so schlecht, ne? Und ich find auch, wie gesagt, also wenn ich mir die 2020er-Version ansehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab hier überhaupt keine Probleme. Und das sind ja jetzt wirklich Render-Images. Das ist ja jetzt nicht, wo man sagt, ja, da bewegt sich was und so weiter. ... und die Umweltassetten, um das höhere Qualität zu erreichen. Content-Modifikation und Veränderungen haben alle essentiellen Parten des Spiels, wie zum Beispiel Zombie AI, Charakter-Control- und Schusssystem und viele andere. Und das Spiel so Ende des Jahres kommen, ne? Und das Spiel so Ende des Jahres kommen, ne? Also was mich ein bisschen abschreckt, ist halt das, dass man gegen andere echte Player spielen muss. Da hab ich ja gar keine... Die ist wahrscheinlich auch nicht echt. Becastet. Sieht ein bisschen aus wie... Sieht ein bisschen aus wie heißt das Spiel. Fortnite, Alter. Haben die eigentlich ein Marketing-Team? Ich glaub nicht, ne? Vor allen Dingen, also wenn du so eine Riesen-Stadt hast, dann ist ja das Problem, dass du das wirklich perfekt machst. Ja? Das geht halt nicht. Du brauchst ja so viele Leute und dann musst du so viel testen. Dann musst du in die Ecke rennen. Dann musst du in der Ecke schießen. Dann musst du in der Ecke nachladen. Dann musst du gucken und so weiter. Weil es kann überall, können überall Bugs entstehen. Und ich glaub, das könnte ein Bug fest werden. During this time, we will give you more information about the game and its mechanics. Such as a world hub, quests, base building, character customization, player interaction and so on. So stay tuned. Thank you guys. We hope you liked this video. Leave a like and subscribe to our channel. And we'll see you in the next... Team member. Goodbye. Alright. Dann werden wir mal weiter gespannt sein. Ich denke mal, da kommen noch ein paar mehr Vlogs. Und ich hoffe, das ist hier nicht das einzige gerenderte Bild, was wir hier an der Seite sehen. Und also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich werde es mir vielleicht auch holen, wenn es geil ist. Außer Division kommt es denen zuvor. Weil die wollen ja auch noch ein Open World draushauen. Was kostenlos sogar ist. Mal schauen. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Und ich hoffe, das ist ja auch noch ein paar Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017